Kommt mein Hund Pepper auch rein? Tut mir leid, aber die Antwort heißt nein. Warum nicht? Weil Tiere nicht in den Himmel kommen. Was ist mit meiner Katze Schneeball? Leider gibt es für sie keine Ausnahme. Gibt es Höhenmenschen im Himmel? Ganz bestimmt nicht. Was passiert, wenn ein echt guter Mensch, so wie ich, in eine echt üble Schlägerei gerät und sein Bein kriegt den Wundbrand und muss amputiert werden? Wartet es dann im Himmel auf mich? Zum letzten Mal, Bart, ja. Der Bauchredner kann in den Himmel kommen, aber nicht seine Puppe. Au, 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 ich... Bart. Was macht ein Roboter mit einem menschlichen Gehirn? Ich weiß es nicht, diese elenden Fragen. Ist denn ein bisschen blinder Glaube zu viel verlangt? Ja! In der nächsten Woche werden wir gemeinsam...